absolute vollkatastrophe also bei bauhaus was leihen online nicht so easy ach das ist ja cool die kategorie guess the tool haben wir das werkzeug zentiert und man dann erraten was ist okay mich hier weiß man es direkt aber das trotzdem witzig gemacht gar keine schlechte idee das ist nämlich ganz kleinen hammer